so kurz etwas einstellen aufnahme ist gestartet noch ist jetzt zu klein mal größer so jetzt wird es jetzt wieder ab okay was sie dann ist es klein er vor euch na so klein geht doch naja meine ist dicker und größer ja gut okay das hört sich komisch an Kappaport ich träg die halt im OBS es gab Bescheid muss vieles nix mehr als noch nicht damit die Lacks reduziert werden ach so also ich muss damit mit Aufnahmen ich weiß nicht wo es ist nicht so läuft doch alles was hat man auch den Chat da an auf FK, juhu! Der Weltegut ist free übrigens. Ah, kriegen wir zu wissen. Sollten wir dazu in der Lage sein. Alle bereit? Ja. Ich will gleich einfach. Aber alle drin. Das ist schon mal besser als eben. Ich weiß gar nicht, ob wir hier andere Stretz haben als ein 2-Player, ich glaub nicht. Nee, äh, keine Ahnung, was das jetzt war. Ich weiß auch nicht, ich hab vergessen, dass da nur eine Katze kommt. Also, wenn wir bewegt, ist gut, dass es so zu gehen. Ja, alles klar. Der fliegt gerne, der Stein. Ja, natürlich, Katron schon wieder zu viele Bohnen. Ja. Das geht so schnell mit drei Leuten. Sehr angenehm. Und jetzt rum. Das Spiel ist spielbar, oh mein Gott. Ohne Legs. Die Situation ist so nervig. Ja. Mhm. Hallo. Kann da nichts drauf casten? Alles klar. Echt? Bist du da raus, du? Hm. Macht der Katze, würde ich sagen. Jupp. Schau mal, ich krieg den hin, den komischen Blocks gibt. Ja. 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 Oh, nice. Es ist okay, wa. Ja. Ja, ja. Fast besser als der alte, wirklich dort glaub ich. So, ihr könnt wieder rein, glaub ich. Ja, ja, ja. Okay. So, ich gehe hier spawnen. Oh, gut, das Timing. Ja, ich hab's gewonnen, war gut. Oh, der Ausstattung. Ja, toll. Ja, lass mich durch. Was ist das? Das ist der Dome-Mark, Harry. Das ist seine Mark. Baldrige, geh zu der Port-Key. Guck. 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 Muss ich auch hinterstricken? Nö. Eigentlich nicht, oder? Mich wundern, ich sollte Katzin überspringen. Hm. Ist es dann flüssig? Ja. Ich auch. Katzin, gut. Guck. 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 Hermine. Ich muss da gehen. Guck. Guck. Welche geht der Flur? Okay, ich bin Hermine. Wird eigentlich nur das später wichtig wenn wir Karten kommen. Ich weiß gar nicht ob die irgendwie unterschiedliche Sachen können? glaube ich nicht keine ahnung ist schneller zu dritt bei der gb-a-version ist das tatsächlich das von schneller als die anderen hier läuft er immer nur behindert ich habe schaden gekriegt mit dem neuen level das ist nicht so gut so ist es nicht so gut hab ich doch gesagt aber auch ganz gut ich denke mal unter einer stunde ist machbar mit drei leuten also easy machbar ja ach so glaube ich würde ich schätzen cutscene? nee nee gut. warte mir mal die cutscene sagen wenn du dich daran erinnerst äh ja... ach so, ich tue kein Fein, das gehe jedes Mal ich weiß nicht ob das funktioniert, weil ich glaube du hast keine Rechte für Tastatur irgendjemand ist nicht drin glaube ich ja, der Maxi nee ich bin das! oh scheiße welcher bin ich denn? du bist Harry logischerweise das ging schnell äh von rechts nach links einfach gedrückt halten, dann dürfte das funktionieren ey, jemand dreht das Teil nicht ey, wie sollen wir denn jetzt unterschiedlich hier? das ist so nervig mit Bots, dieser Teil ja, also, gut nice 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 frosch gut gut alle rapped äh, wie ich getrückt hast du jetzt? nach der cutscene oder in der cutscene kann man das getrückt halten? ich spam das immer ja, man kanns aber das ist ja praktisch zu wissen haben wir hier schon mit abgemacht jo der erste kann nix nice das läuft voll gut das läufzt voll gut öwh b Wie macht das Feuer aus? Ja, und ich eliminiere das Tier. Hast du noch nicht? Oh, gut. Nice. Perfektes Timing. Dieses Axio. Ich würde sagen, ich mache dir das Feuer. Kommt dann, wenn man das immer anvisieren kann. Nice, 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 nice. Wir können ja das Feuer machen, weil wir eh zu zweit sind. Na gut, okay, dann mach ich halt das Ding. Wie hoch geht es? Sehr schön. Beans. Gut für's gesammelt. Na, ist wichtig, weil wir so auch sterben werden. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aaaaaaah! Was ist das? Okay, gut. Oh, nice! Steiner! Was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Abgesplittet. Ja, 45 Prozent. Also, E ist... Joinen, wenn du bei der Block bist. Fumotisch. Ja, ist eigentlich egal. Aber wahrscheinlich besser, ja. Okay. Also... Macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Back again, eh? Und es gibt noch mehrere Schilden, die zu erzeugen. Ja, jump mal rein. Äh, wenn ich da nicht. Das ganze Gespawnte ist irgendwann irgendwo. Also wer bewegt? Ja, ich mach mal. Ja. Ja. Sorge passen. Brilliant! Brilliant! Das ist super. Oh Gott! Das war aber knapp! Scheiße! Nein! Ich kann auch nicht voraus. Obwohl, das war so zu gut. Ja! Axios! Laut! Das war aber nicht schlecht. Stell dir das mal vor, ohne uns. Das stimmt, ja. Das wäre ziemlich nervig. 3-Player ist echt mal tatsächlich Spaß, finde ich. Any% ist halt so... Ja. Ohne die schlechte AI ist das Spiel tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Mal laufen, dass wir jetzt den Blockzug schaffen können. Ja. Ja. Ist ein bisschen nervig. Oh nein! Nicer Coop-Cast. Oh, mit 3 neu. Nein! Oh Gott! Jawohl! genau vor allem weiße ich schaff das ich schaffe dass ich das nicht nur weg der kaffee dann müssen wir nach rechts an der Eint ja scheiße wer in der Hälfte aber warum ist das abgebrochen nein ich kann jetzt nicht mehr anzuzahmen was machen wir jetzt sie sie sind er scherz hat er los alles sollte nicht so schlimm sein sagt er hat gebrochen drücke ich weiß auch nicht meiner doch einfach weiß nicht aber jetzt ja gut jetzt war zu weit weg also was ich versuche ich nicht es hat immerhin ist das wasser weg das wasser? feuer? ja feuer fast das gleiche ok ich habe jetzt kurze likes gekriegt naja manchmal droppt das aber nicht so nice aber passt sooo das äh ron nächstes Hotel in Bad Run spielen ja gut ja machen wir mal passt schon back again hey and there are still several shields to collect moody's moody's auch immer das gleiche ne moody's auch immer das gleiche ne ist nicht sehr kreativ we are very high up we are very high up we are very high up did you see that did you see that it exploded so nice joo die sind so schnell hooo gooo mabine hast du meine Beats have you got mabine how many beats have you got mabine allah highlighterns weg hee 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 Nein, Wolle. Oh fuck. Gut. Naja, ja passt. Wir suchen. Gut. Mit Feuer ausmachen da hinten. Und ich eliminiere diese scheiß T-Shirt. Nice. Wer macht den Kessel? Ich. Alles klar. Jetzt hast du auch Druck. Ja, das war super. Ja, ich konnte nichts machen. Los, Bongo. Blimey. Blimey. Was ein Zufall, dass er grad durchs Fenster kommt. Ja, was für ein Zufall. Kapper. So, Blockscape. Ja, das dürfte nicht so schwer sein. Mit drei Leuten. Wo keiner der Bots da hochklettern kann. Und er klettert sich jemand. Ja, also brauche ich mal nicht. Hallo? Ja. 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 Der Weltrekord ist so free, das ist eigentlich egal. Ja. Wäre natürlich cool, wenn wir das immer ein bisschen improveen. Ja, nein, wir gerne mal. Von Mal zu Mal. Jo, gute Kameraden. Ja, schöne Kameraden. ich hoffe das reicht wahrscheinlich nicht ne doch reicht bin ich jetzt hermino oder ich glaube einfach raus und dann wieder rein sondern gleich beim block wieder rein einfach gut ich hab kein schaden ok jetzt mann ist blöde feuer perfekt es hat mir hätte er auch nicht zu bewegen bieten ja 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 er sollte passen er will die Animation geskippt vom Umfallen neust irgendwie ja das hab ich auch geschafft weil gut programmiert ja dann gewalt bestes Level wenn man einfach überhaupt nicht drin ist in Any% also wenn die Monster spawnen dann ja manchmal spawnen die nicht im 3er-Player aber vielleicht haben wir Glück da sind sie schon ey ich komm ja auch nicht weg was soll denn das nein oh nein die sind tot hä ich bin nie gestorben ja aber die Viecher da reinlaufen äh scheiße weg ne 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 sollte passen ne ja ja und jetzt war überhaupt gut nach dem Feuer skip wieder rein am besten ja hoffen wir den schaffen ja der ist halt komplett ANG ja hinter dich kommt nur drauf an ob die Viecher einem im Weg spawnen oder nicht ja es kommt halt echt nur drauf an ob die Viecher einem im Weg spawnen oder nicht ja die scheiß Wort gekreist schild immer mit an Jesus wir müssen zu ihm beten ich bete ich bete also ich nehme auf kann den Kram nicht starten plus man sieht das spinnig also ich soll das auch alles ah nice perfekt ja ja hoffentlich nicht ne alles nice so gleich in der Mitte kommt ihr wieder rein am besten ich weiß nicht ich hoffe ihr spawnen dann da müsst ihr eigentlich ne mhm ja gut oh die Viecher mhm weil ich auch gleich erfahrt weil hier ist es im Grund was ein Drache was ein Drache dieses kann ja ohne unüberwindbare Feuer ja keine Chance nice Starte nice für 100% ja ist wichtig ja doch oh nein ich wusste gar nicht dass sie ein Insta killen ja scheinbar doch ist ja voll ja wenn man drei stehen bleibt dann schon dann hätten wir das nicht beide gleichzeitig versuchen sollen ja so wenn joinst du mal ja gleich ja oh ist wieder hin toll das ist das ist das ist wieder aufgeholt und jetzt kommt gleich die Katze hin wo man laufen kann 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 wo man das sehen den Katzi ich habe nicht nicht gut aus warte 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 nicht schlecht aber so wir können einfach von hinten ja mit drei Leuten sind die echt kein Problem ich hoffe ihr freut euch schon auf die Aufgaben ja was wir machen können ja richtig spaßig und da kann ich gechillt äh das zu zählen das stimmt ja und dann schon einmal hm du unten bist na gut hat nichts gemacht das jetzt easy ja wenn ich hier so du schaffst das lassen bleiben ja lange lange wahrscheinlich nicht hat auch funktioniert ja brauchen wir überhaupt extrem Ostern für für die Krabbe da hey also bei der Paterwarte oder was nee hier bei dem das ist ja ja das Schild von dem Feuerkramding nee nee glaube ich nicht wahrscheinlich nicht ne aber ich meine sonst benutzen wir es halt auch nicht ne doch 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 bei der Biene ja aber da hat man es wieder nee boah sehr gut oh scheiße ne ne gut brauchen wir zwei weg und dann ist es egal dann funktioniert es immer warum auch immer okay viele Lacks jetzt nicht mehr boah was ist das krass im Deck das geht für Spaß nicht so mein Gedanke das ist das recht lustig außer das schweb ja schwimmen ist nervig ich wo kommt ne leck auf einmal hin na mein internet ist nicht das stabilste sag ich mal ich hoffe das geht gleich wieder weg und ich sollte lieber mal aufhören zu auf was auch ne ja gut wenn man eh nicht sieht ja ja es so langsam ne ich drück schon speed ab er gedrückt hat ja mach ich schon schneller geht nicht oh wow oh wow da war ich besser also wir kaufen für uns alle ne karte ja Biene braucht ja keiner oder äh boah ja warte was braucht ihr für K jetzt nichts wirklich ne die hat keine Sings Power auf dem Level uff der Arme der Hermine spielt aber gut das ist ja im Endeffekt der kann dann die die Sachen aufmachen und sowas wenn die anderen dann die schädig g f h p sch ha h h h h h ja s ein schönes internet bei mir zumindest alle ringe bis auf den einen nicht verfehlt ja ich glaube man muss total getechnung die brunnen sammeln was habe ich denn für voicetrips die speed dinger machen einheit schneller ich bin ein roboter du bist roboter ich bin roboter roboter comeback ja toll, der nicht funktioniert diese kann man sich hinbenehmen wieso kann man was umbenennen auf dem server weiß ich nicht, das haben die irgendwann mal eingestellt warum ich weiß nicht was ist der zweck darin vielleicht dass man sich keine trollen namen gibt oder so ich weiß es nicht ich wollte mich schon nicht so mehr nennen ich habe nicht aufgepasst, war es jetzt gold? ja sehr gut also, sollen wir entscheiden? ja, ich denke mal wie mit der katze geht es eh nicht aber zwar der katze sind wir sicher nur die kreffekte können diese kreffekte benutzen wow wow sorry harry sehr nützlich sehr nützlich es ging in die kreffekte es ging in die kreffekte die kreffekte die kreffekte die kreffekte ich hoffe wir kriegen nicht den eigenen Glitch wo einer gegen die Wand laufen das ist es jetzt passiert es oh nein wir schauen das war nach der katze wir gehen wir finden wir den Weg zu ihm ja 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 gut ja ja oh first try das ist ja auch nicht so schwierig ähm das ist bei euch passiert ja auszusehen crash roll nicht aber das ist first try ich hoffe mal das Spielstürz wenn ja kann ja immer noch passieren oh Gott weil es HP 4 ist ok ich glaube das ist aber dann aber mal ich geh runter mal ein bisschen zu zurück 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 drei players schritt so jetzt da muss man trocken muss ich zuerst den hier vorne wegziehen mal dafür dass ich das schaffe nice gut so und danach droppt ihr dann yep nice deswegen ist 3 player halt echt nice vor allem geht das nur mit rein mit 2 funktioniert das irgendwie nicht weil die Kamera nicht so weit raus geht hm keine ahne warum ich würd sagen nach der salamander cutscene wieder rein ja ich will dir das Spinn mit 100% vor ja bestimmt das wär echt schon ganz cool ähm ich würde lieber im GB drücken ja drücken ja 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 super das war ein bisschen langsam ja passt schon BEEMS Ron ist ein bisschen süchtig Carry out äh what das stimmt schöner Kessel schöner Kessel ja gott hat trotzdem funktioniert ja 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 es ist das kurd n community immer zu weit die sie also da lieber Drop der Mann mit einem Ei so mit da verdient man nicht zu viele Flische ich habe mir letzten Mal so ein Problem nie eine bröntliche Kasty jetzt raus jetzt raus Ja, ist klar. Muss ich das hier machen? Scheiße. Ich hasse diesen Fall. Das schaffst du schon. Harry ist halt leider der, der am wenigsten Leben hat, aber... Ja, ich weiß, dass ich nicht stehe. Ja, das ist schon dumm. Ja, das hätten wir anders machen müssen, aber passt schon. Na ja, da läst du einfach einen Frosch. Ja, eben. Ich hoffe, ich komme zumindest bis zum Ende. Was sind noch die Cupcakes? Ich habe jetzt keine Ahnung, was das ist. 46, ja, 36. 26 wahrscheinlich. Nein, die Leute. Und das, boom. Ja, alles gut. Zwei Leben. Was ist das? Ja, warte. Ja, aber doch, das ist ja auch. Ja, aber mal. War movement technisch stark. Was ist denn, wenn der Kamera feilt? Warum wackelt die so? Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Das war gut. An sich war das nicht schlecht. Das war sehr gut. Jetzt kommt das komische Teil. Ja, nach rechts, ne? Die Brücken. Plus, dass es in einem Barthroom einen Bridge gibt. Auch nicht komisch. Nö, das, bei mir sieht das genauso aus. Oh, okay. Aber wenn das Spiel hinterfragt, das ist vorbei. Springst. Es könnte sein, dass die da oben nicht spawnen. Also, das passiert manchmal. Vielleicht haben wir Glück. Also, die uns ist von... Ja. Ja, guck mal. Oh, doch, da. Oh nein, oh nein, oh nein. Mach, 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 mach. Oh, hat funktioniert, nice. Perfekt. Sind wir besser? Oder nicht besser? Als gestern? Also, ich mein, äh... Also, ich denke mal, wir sind vorne. Also, fühl mich wundern, wenn nicht. Es lief eigentlich alles ganz gut, bis auf, äh, der Block da. Ähm, ich laufe. Nice. Oh, jetzt kommt das Block. Ja, der ist aber okay. Wer macht das da? Mit dem komischen... Ich mach den Kessel. Gut. Dann laufen Kett und ich schon mal runter. Jo. Ich hoffe, das geht mit der Kamera, aber... Sollte. Ja, müsste. Doch, doch. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Nein! Ja, man sieht den Schatten nicht. Doch, jetzt. Doch, jetzt. Ja, ja. Oben, Oben. Nein, ich kann nicht laufen. Stopp aus. Keep going! Nein. Keep going! Keep going! So, ich laufe so weit wie Kettler. Kettler. Oh. So. So. Well, ja. Das ist der Block, da. Ah, perfek. Es dürfte eigentlich... Wer will nicht funktionieren? Alle oder so? Ich meine... Die Broute ist eigentlich... RELATIVE KLAB Oh, Ron. Ah, das soll gehen. Nein! Nein! Hä? Was ist denn da passiert? Oh! Nein! 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 Wo ist Ron überhaupt? Na dann! Der kann das zusammen! Nein! Komm schon! Geht einfach weiter raus oder? Block weiter raus! Soll hier oben spawnen? Du musst auch raus sonst spawnen die hier oben! Ja Maxi! Achso! Der Miner hat nochmal den Block gecastet. Könnten helfen die Miner? Ja gut! Nein! Das ist so viel Timeboost! Der Ice! Besser als viel! Nein! Nehmen wir einfach Hacks! Okay gleiche Strats nochmal! Nur von der anderen Seite! Ja! Weg! Zu unten! Ist doch egal! Seh schon, der verkackt so hart! Was? Äh, Maxi? Es geht eigentlich noch! An sich! An sich! An sich sind wir gut dabei! Bist du noch nicht drin, ne? Ne, ne, ich weiß! Fast geklappt! Jetzt solltest du die bekommen! So! Ich bleibe ohne! Okay! Ja, ich brauch deine Hilfe, Maxi! Da! Ich brauch deine Hilfe! Ist ja echt ganz cool, dass man das so machen kann! Achso! Wo? Was waren die denn hier? Hä? Maxi, was hast du hier jetzt gemacht? Ach! Jetzt! So was! Weiß! Ich laufe einfach bis zum Ende! Kommt ja nicht mehr viel! Ja! Du musst noch das so brühe machen! Naja! Wow! Schön lassen halt von dem! Tolle Magic! Oh nö! Der kommt! Echt schon lieber! Dann kannst du raus! Ja! Oh! Das ist ne gute Idee! Oh! Ziemlich glücklich, dass du da unten gespawnt bist! Und Ron ist bei mir gespawnt! Die ist weg! Die ist weg! Okay, ja, fertig! Habt ihr dafür auch mehrere gebraucht? Zwei! Ja! Sie waren nicht gut! Haben wir schon? Oh, wir haben's sogar schon! Oder? Ne! Andere Seite! Echt! Was? Ich weiß nicht, ob ich da hin kann, ohne meine Splits zu ruinieren! Oh nein! Jupp! Ja! Fuck! Obwohl das geht sogar noch! Das kann ich undoen! Egal! Doppel Jinx ist auch nicht schlecht! Warte mal, ich probier's nochmal! Sollte eigentlich gehen! Ich hab einfach Screenshots vom Film reingetragen! Nein! Oh oh! Oh nein! Das kann's nicht! Yes! Alles gut, dersel läuft weiter wenn man das macht! So kann ich nicht kaufen! Das ist halt absolut der dümmste Button, auf den man was legen kann Aber warum legst du ja auch deine Button da? Ich hab das nicht da drauf, aber es wird so registriert, als ob ich das hätte. Jetzt hast du... Ich würde gern die Bellrun spielen. Oh nein. Fuck. RIP. Speichert er die Karten? Äh, keine Ahnung. Dann komm ich mal hier raus. Hab ich hier so ein Drecks-Game, ne? Ich komm da nicht raus. Task Manager. Warum machst du nicht zähl... äh, Dings? Zähl die alt, delete. Ey, ich kann doch nicht schließen, das ist unfassbar. Es geht nicht. Wenn du mir trotzdem den Trikot bekommst, soll ich ausrasten. Ich versuche mein Möglichstes, aber ich komm da nicht raus. Oh nein. Alter, lass mich verarschen. Bericht doch deine Maus. Es geht doch nicht, wenn du im Vollbild bist. Du bist ein Vorbild. Nein, aber im Fenster. Weil HP4 halt scheiße ist. So. Ja, viel Time Moose. Ja, mal schauen. 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 Ja, wenn nicht, machen wir halt noch einen Try. Ja, dann wird ein Treffekt angezeigt, so nicht verletzt. Ja. Die laufen immer sehr gut. Hä, wieso macht iPhone jetzt auch Wizard-Cut? Warum nicht? Das ist doch doch 120 EPS. Nee, muss nicht. Doch, doch. Das Mitte. Loading complete ist auch echt so die beste Info, die man braucht. Und, hast du die Karte? Ja. Ich hoffe mal. Ja. 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 Immerhin das. Ich bin erstmal froh, dass ich einen falschen Spielstand geladen habe. Na, dann wäre das nervig gewesen. Dann hätten wir 100 Prozent. Also, ich würde ja da ein Spiel. Kann ziehen. Ja, ich habe gewartet, nicht so ein Spielabstütz. Ich habe das Gefühl, dass es passiert, wenn man da zu schnell es gibt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ach, das gleiche wie bei HP-5 mit dem Safe-File. Ja. So, wir sagen mal, der Mini-Shield. Toll. Mach ruhig. Ja, die Pilze war mein Weg. Oh, doch. So, wir warten kurz, bis du den hast. Hallo? Ja, toll. Stand da halt direkt neben. Wir können einfach nach rechts übrigens den Block. Nach rechts unten in die Ecke. Bisschen schneller. Ja. Wir brauchen noch einen Mini-Shield. Das ist richtig. Der Heilung. Ja, die Heilung braucht man richtig jetzt schon. Wieso kann ich nur so komisch laufen? Weil du halt nur komisch laufen kannst. Ja, gut. Das ist ein Punkt. Ich würde sagen... Ja. Ich greife an. Ja, genau. Du bleibst an und wir machen... Dings. Dings. Bro, Rona, rechte Art. Hartguth Spells. Dreh, 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 dreh. Dreh, dreh, dreh. Ich schaue das Bild hinten und jobb dann kurz raus. Mach ich das kurz. Und hier ist auch noch einer, ne? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch nicht das Teil fertig. Obwohl, ja, wenn du wieder hochkannst, ist gut, glaube ich. Aber wir haben das andere... Ja, ja, dann machen wir von unten und dann droppen wir raus. Sollte doch nicht gehen, oder? Nein. Ja, doch, wenn er weiter ist. Ja, guck mal. Es funktioniert, perfekt. Ich sehe gar nichts. Gut. Hast du, hast du, hast du. Ein neues Jet. Ja, jetzt musst du nur... Ja, wir sind gleich wieder da. Ich glaube, es reicht schon. Ja. Ja, perfekt. Ey, es war nice. Schau, das war ein Strat. Die Geräute sind so nervig. Okay, guter Bodyblock. Ja, ich bin stehen geblieben. Ja, genau. Die Blume. Die ist wichtig. Ja, genau. Die Blume. Dramatische Musik. Für den spannenden Kampf. Ich bin hier drin. Ja. Ich bin ja nicht da. Entschuldigung, das ist geil. Ich bin hier drin. Scheinbar nicht, oder? Nee. Okay. Komm, ihr zwei rein! das Level ist so angenehm zu dritt die sind wahrscheinlich selbst mit dem Crash schneller als man das im Singleplayer schafft würde ich vermuten hey ne Schaufel Jürgen der BD ich bringe auf der Anrufe ich trug aus dem Haus gleich extrem aus nach der Katzene wir haben noch Zeit ja noch das dann ich bin mit den ersten ich stecke ab und zu lassen muss ich gut dass man das gedrückt werden kann also man die rote weg ist das stimmt das ist die stelle also beckett links nicht machen die durch kippen gar nicht herr ich glaube ich kann nicht auf Das ist auch vollkommen logisch. Erstmal das Gewächshaus demolieren. Ja. Und dann kommt einfach ein Schild. Und die Viecher? Ja. Von ihnen dazu. Immerhin haben wir alle Schilde. Also die kleinen. Die gebrochen zumindest. Ich hab das Gefühl, dass so ein schneller ist. Meinst du? Ich hab die Innenbahn oder ne? Es wär eigentlich ganz cool, wenn die unterschiedlich schneller wären. Oder so. Wie auf dem GBA. Nice. Das ist schon recht. Oh, sehr gut. Bis auf den Crash. Ja. Ja. Na gut. Bei 43 Minuten. Ja. Der hat uns irgendwie so 5 Minuten gekostet oder so. Richtig toll. Ja. Jetzt kommen die Maschungs, oder? Ja, ja, ja. Bis nach rechts. Wie viel steht dein Restplitz nicht? Das ist so. Ja. Ich glaub, ich weiß gar nicht, wo ich die herkopiert hab. Ich nenne es ja einfach Maschungs. Jo. Ich bin eigentlich fast durch. Aber ich glaub, unter einer Stunde wird das nichts. Nein. Leider. Aber wenn er unter... Unterweltrekord, ja. Eigentlich safe. Einmal 10 vielleicht? Ja, vielleicht. Soll ich zu weit laufen, ne? Damit die nicht spawnen. Willst du den machen? Soll ich den machen? Äh, mach du lieber. Alles klar. Ja. Oh, der lecks. Ah, ja. Hab dir mal noch rechts. Also mach mal halt. Oh, du denkst. Schau mal, das reicht. Was? Ne, was? 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 War doch drin. Wie hier war denn? Na ja, das kam nicht so. Ja, wir haben die, denn... Das ist eine Szene. Ich hab mal nicht so süß. Na, nein. Du kannst ja mal mein Zielfernrohr sehen. Nein. Ey, dieses Ding. Das ist so nicht mehr drin. machen gar nicht aus die Blume so ein Scheiß Prozent Prozent gut das Spiel jetzt kommt der Block wichtig ist ja aber haben wir die gleiche Idee nein Nein! Ah, guck mal. Ja doch, das sollte eigentlich. Wie heiß? Nice. Oh, nicht nach oben. Sehr gut. Perfekt. Ja. Das heißt, sieben Wochen. Ja, obwohl das könnte sogar... Also, wie lang ist die... ...die letzte Aufgabe? Sieben Minuten oder wie fünf oder so? Ja, sieben Minuten. Ah, das wird schwierig. Und das zählt sogar. Nee, 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 der Lake ist sieben oder acht. Keine Ahnung. Zu lang auf jeden Fall. Ja. Ja. Überleg mal, wenn man dann nur Silber kriegt. Oh, nein. Ich hab tatsächlich noch nie die Aufgaben gefehlt. Ich auch nicht. Nur auf der PSP. Auch nicht im Privaten? Ja, doch, doch. Gleich schon. Nee, ich nur nicht. Ich bin zu gut. Das Kind hat die Schwierigkeiten da, Anwalt zu kriegen. Hallo? Hallo? Komm, komm, komm. Ja. Das hat ihr erwachsen, bis ihr da seid. Okay. Jautsch. Alter, die ist Glück. Peace. Gut. So, ich bleib hier, ne? Ja. Und dann droppen wir auch. Hm. Gott, ich werd hier aber von den Viechern... ...n bisschen... Ja. Geht das? Ja. Ich hab immer Angst, dass ich entlevelte. Ja, dann wird man nochmal auf die Bestätigung gefragt. So, dann müssen wir gar nicht schälen. Nee, das kann nicht alleine. Zwei Meter nach unten laufen. Ja. Das Menü ist so langsam, ne? Das ist unfassbar. Du kannst auch die Falltaste benutzen. Ist das denn schneller? Ja. Mal gleich mal ausprobieren. Das geht schneller, wenn wir alle gleichzeitig drücken. Das geht echt. Oh ja, das geht echt schneller. Hä? Ja. Achso. Hm. Ah, du machst das vorher. Kennst du mal so? Ach, du machst das nach dem zweiten Tag? Ja, ne. Ich lauf schon mal vor. Ich lauf schon mal vor. Ich lauf schon mal vor. Okay, mach's den Fischball, äh, auf. Wenn du 3 spiegst. Für den Block brauchen wir dich. Naja, dann komm ich auch. Jetzt gibt's gar nichts. Da wird das Maxim. Einfach zu Full Speed. Das ist ja noch schneller als bei HP 6. was für St review. Die 6 Große. Obwachst. Skicksil��, die wiren Links. Marathon im Unterschied. Da kann ich mal das. Stimmt! Wenn duけ. Das ist geinpafter. Was macht die? itiere Keiner Energy. hat war perfekt. Die sieinige Wildlifeっちゃいます. north록hang. trans knocked. Goldberg das Projekt. Jungfeld. Pro atmosfer. du bist ja natürlich hast du mir die falltaste benutzen und den controller dann ist das nur schneller meinst du aber dann weiß ich gar nicht mehr wo ich stoppen muss aber es ist auch schon ja ist nicht falsch schon gar nicht die wenigsten was das denn hier ja tu was in einem kreis komisch dass er nicht die meisten hat wegen den aufgaben eigentlich hat er mal wegen der drachen Fliegerei die meisten der Herr wird jetzt die meisten würde man mit Prominenten vier weniger ich habe auch viel weniger zu Kost für so viel doch nicht alles um Riesen gesagt noch das sind die nachgaben hat sich gut eigentlich nur den einen hier wegen hundert Prozent er kommt ein bisschen was sie er hat so etwas so wir sind spannend da hat sich die Befälschung ich habe wie bei via pace knapp schöner dort wie man ja auch viele danke drückt halten ja dafür sagen wir es wieder verpackt drücke und der dritte das ist nett von ihm in der schild ja es war noch easy auf dem pace sein ich habe mal den ramm an genau jetzt können wir das so hart verkacken keine ahnung war so ziemlich der erste run einfach falsch ja wow ja diese blöde Fight-Tasten aber nicht verwirrt wo ist überhaupt hin Barflug ich finde dein scheiß ist man nicht ich finde nur Bingo wo gehst du ich weiß nicht wo gehst du falsch ja genau ist das eine legitime Antwort nein du musst rein ne wegen ja gleich ja ich warte das wäre du hast du was sagt ich bin ich bin hoch schon dass er drücke alles klar wir haben das ist 100 Prozent wie das funktioniert hierher ist die Ereignisse er ist ein bisschen das ist ja schön, ja. Ich kenn das. Hab immer noch gekriegt. Nice. Easy. So, noch eine und dann, äh, habt ihr frei. Und ich glaub, die ist richtig einfach, weil die nicht spawnen, im 3er-Modus. Aber ich bin mir nicht sicher. Bei uns spawnt die auch nicht. Nope. Die sind in die gr- ganze Zeug. Bist du nicht? Ja. Oh, ich lass' das Crash wieder. Full Speed. Oh, scheiße. Oh, was? Was ist da los? Egal. Oh fuck. Verteidigen. Ja, ja, man muss dran spielen. Na gut, die haben mich getroffen, das passt. Achso. Ah, war okay. Hab's geschafft. Aber ist echt seltsam, dass sie manchmal spawnen und manchmal nicht. Man muss lackern. Wahrscheinlich, ja. Im Wiking gehen kein Lack. Scheinlich. Ah, Lack! Mit dem Gamecrash auf jeden Fall nicht. So, jetzt schau ich mal. Ja, viel Spaß beim Zyklo. Bester Part vom Kurs. Vom Kurs. Drei Player. Wird fast. Ja, wir sagen easy vorne sein. So fünf Minuten oder so. Schätz' ich. Weiß jetzt nicht wie gut das Endgame war, aber so sollte passen. Naja, du machst den Second Task jetzt schon. Du machst die anderen noch nicht. Du machst die anderen später. Hm, nee. Ich hab' eigentlich immer eine... war die gleiche Route. Nee. In der PB nicht? Nein. Okay, krass. Komisch. Ja, dann musst du gucken, wenn ich ins Mace gehe. Aber die sind auch ganz genau in 4.50 gejoint. Okay. Das heißt, das ist ziemlich gleich auf? Naja, die müssen die anderen Aufgaben jetzt machen auch. Ach so, dann sind wir easy vorne. Und ich will mir jetzt jetzt kurz ein Trick. Gärt'n, ich motiviere jetzt die ganze Haft mit der Szene. Jeder soll Core-Brunch machen. Aber wir müssen echt 100% immer müssen halt machen, weil... das ist auch ein Free-Wall-Tracket. Von das Müll muss ja unglaublich schnell gehen. Unglaublich schnell weiß ich jetzt nicht, aber ja. Schneller als 3 Stunden wahrscheinlich. Deutlich. Ja. Ich bin zurück. Wer mal dieses Level gemacht hat, ne? Das war ich. Keinen guten Job gemacht. Ich weiß. Das Level ist ja von der Struktur her sehr ähnlich zu HP 7.1 und 2. Ja, das stimmt. Ich wurde wenig bezahlt. Das merkt man. Also ich finde, es sieht ja ganz gut... Na gut ist auch übertrieben, aber es sieht ja ganz okay aus. Aber es ist halt echt langweilig. Der Remake haben wir denn drin? Ja, das stimmt. Da könnte es ganz gut sein. Aber das würden sie nie tun. Glaub ich. Also wenn das Spiel Remake... Ich würde es verjahren. Moose wanted Special Edition. Oh, noch mal ein Special Edition. Du deine. Nein, mein Kraut. Oh nein. Jetzt kannst du nicht mehr unter was zu leben. Tja. Arme Harry. Ich habe jetzt schon bestimmt genug Gründe losgekillt. Dass es funktioniert. Für Gold. Oh fuck. Ich verstehe mir alle. Egal ob ich... Ich schon genug habe. Ja, ich verstehe mir alle. Ich meine, kostet ja nichts. Doch. Dein Leben. Mit deinen Daumen. Ja, das stimmt. Na, die treffen wir hier in den KC. Das ist zu scheiße. Jetzt kommst. Du stirbst. Kann passieren. Aber es macht mich wundern. Hier auch. Die komische Tasse drücken. Die B-Tasse. Keine Ahnung, was für den Kontrollen bitte benutzt. Ich glaube schon. Ich glaube es die ganze Zeit drunten. Ah. Schneller geht nicht. Ja doch. Spameln. Nein, aber muss ich totalen, oder? Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon. Also egal, was ich mache. Es ändert nichts. Keine Ahnung, was das Maxim jetzt macht. Ich habe auch die B-Taste gedrückt. Um zu sehen, was von... Support. Als wenn das dann schneller ist. Das wäre nice. Vor allem hat er so viel Top Speed. Hm? Das sehe ich da an... Nee. Nein, was? Also, es wird nicht schneller. Nee. Das haben Kat und ich ja letztens schon diskutiert, ob es Double-Inputs gibt bei HP4. Ja, weißt du, ja stimmt. Obwohl, nee, weil man Tastatur und Controller spielt, ist man einfach 2 Player wahrscheinlich. Ja, und ich konnte immer noch mit zwei Leuten... ...mit mich selbst. Hm. Na gut. Also mit zwei Charakteren. Ich konnte mit Harry... ...und mit Tron spielen. Hm. Das wäre schon. Aber der hilft dir direkt. Two Tricks X. Der schießt. Beide schießen. Ja, jetzt kommt der Part, der sehr gut für den Daumen ist. Ach. Der Arme... Warum muss man überhaupt alles aufmachen? Der ist doch schon genug. Na gut, es reicht schon für dich. Harry ist zu dick. Also er ist zu breit. Er ist zu breit. Ja. So. Ja. Siehst du... Siehst du nicht sein V? Ach. So breit. Trotz, wenn das Wasser nicht so kalt ist. Ey, Sommer. In England. Oh. Wann... Wann kam das Spiel aus? 2004. Ja, wir waren am Datum. Ach so, im Sommer wahrscheinlich. Harry Potter and the God. Wieso bin ich so weit hin? Was soll das? PC Game. Oh, oh. 8. November. Okay. 2.85. Also nicht gerade im Sommer. Ich bin fast tot. Oh, nein. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich hoffe mal. Das ist am Ende. Wie soll ich 10? Einfach ein bisschen close. Jetzt gibt's dir einen Hit. Ja, wenn das reden will. Ich hab vorhin nicht noch Sonnenhit nachgeschmissen. Das wär echt... Das wär bitter gewesen. Gold. Gelockt. Ist nach rechts drücken, jetzt nach rechts drücken. Nach rechts drücken? Ja, aber, da raus. Da raus rein. Ich spam so hart ich kann. Läuft. Ja, an der ist uns zu weit. Läuft. So, jetzt schau ich mal. Ja. Ja, wir sind safe for. Der ist so wie 1.13 oder so, ne? Ja, wir sind auf den Schiff. Und wie du drauf musst. Da wohl. Und wie du drauf musst. Weißt du, wie du drauf musst, gleich, wenn du links wirst? Ja, jetzt erst. Du bist bei 1 Stunde und die man nach bei der Warte... Du hast noch nicht die andere Aufgaben gemacht. Also, weit. Oh, du hast super Timing mit den Wurzeln. Ich hab' vor zweimal getroffen als Team. Man muss ja nur einfach gerade auslaufen. Ja, jetzt, die Vieche kamen trotzdem. Ja, die kamen direkt trocken. Komisch. Also, eigentlich passt das immer ziemlich genau. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Aber ja, ich bin aber auch hängen geblieben in dem... davor, in der Kurve. Also, wenn man nicht hängen bleibt... What the fuck? Dann passt das eigentlich ganz gut. Ja, siehst du. Ja, jetzt. Naja. Die PSV-Vision ist immer schneller. Naja. Ist wahrscheinlich auch besser als das hier. Würde ich vermuten. Das ist das gleiche einfach ohne Baderbar. Ah. Keine Ahnung, warum sieht das ausgenommen? Links, rechts, links, links war das. Ja, rechts, links, links. Okay, mal rechts. Ist doch nicht eigentlich egal. Äh, da kommen diese komische... Äh, Büsche kommen. Ja. Du musst jetzt gleich noch mal rechts gehen? Mann. Die Steuerung hier ist aber auch echt absolut. Also nochmal rechts? Ja, genau. Ah ja, sind keine Büsche, nice. Sind nur die Dinger hier. Und dann auch zweimal links. Alles klar. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Das hat ein Geschick. Ja, das hab ich selbst. Es hat ausgefunden. Nice. Einfach nur bei meinem Run hab ich das verkackt. Ja, aber ist echt gut zu wissen. Auf jeden Fall einfacher. ja so viel spannung mehr in diesem part Sollte es zum Teil einfach unabhängig, wo der Kot steht? Ja, keine Ahnung. Das Live-Split. Also unter einer Stunde ist auf jeden Fall machbar ohne Crash. Und mit ein bisschen besseren Splits zu arbeiten. Ich hab keine 16. Sie stirbt nicht. Bei dem. Go! Wo? Wo ist der? Äh, ingezähl die Wand. Der will nicht. Da wird doch nicht auf. Muss aufpassen, dass er nicht gegen Cedric chargt. Weil dann wird er nicht gestern. Naja, ich hab mein komischer Bucket von... Bei mir. Maxime. Kennst du den komischen Buck? Bei Voldemort? Ach, dass man nicht mit dem Strahl verbunden ist? Ja. Super. Ich sag, what the fuck ist da los? Das war nochmal Wingardium. Äh, zaubern. Das wusste ich nicht. Ich so, hä, was ist das richtig dumm, äh. Ja. Und sogar zweimal das geklickt. Und zweimal. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Ist an sich kein schlechter Run, bis auf den Crash. Ich liegt ganz sicher unter ein Zehn. Ja, ja. Also außer ich verkack jetzt richtig hart. Bitte nicht. Nee, ich denke mal nicht. Dies nicht. Ist jetzt nicht so schwierig, der Fight. Wer sein will! Den Knoiminismus. Der Knoiminismus. Der Knoimin, der Knoimin. Der Knoimin. Der Knoimin. Ich hab meine Knoimin. Das ist ja, sehr komischer. Was ein spannender Boss-File. Ten out of ten. Wo geht denn der eine hin? I want you to look at me when I kill you. That's the stuff, Harry. Look, there is a big round. I thought you'd be told how to kill you. There is another one. The camera is really nice, I see everything. Now we have something. I want to see the light, leave your eyes. I can't see the Mario Party in the game. Oh no. I have a problem. Can it happen, if that happens, if you do something else? In the time. Okay. It happens every time. It happens every time. It happens every time. It's a strong bomb. You don't want me to do that again. No, it's not going to do that again. Get out! That's another little dose of pain, Harry. Fall to death, Harry. The one cycle is chi Omicock. Man, the other one is all over the room. The bad day. Beetle, fireman. It's almost done. Not a fireman! Oh, but too. jetzt fast sogar die one-cycle steht glaube ich hier nicht besonders gut aber das ist ein Teil eine 4 4 es ist es ist nur das ist das ist 8 Minuten unter Weltrekord es ist eigentlich 1 5 Ja, also ich glaub sogar weniger, ne? Also... Das hat schon echt hart gekostet. Aber die Lecks sind weg. Ja, immer in etwas. Ja, aber wie gesagt, mein Internet ist halt so halbwegs stabil, aber auch manchmal nicht. Warum kann man die Credits eigentlich nicht skippen, das ist so eine Hälfte. Keine Ahnung. 1,08. Ich kann auch mal hier in die Aufnahme reingucken, wie viel das gekostet ist.